Shalomchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe es geht euch allen gut und falls nicht, dann hoffe ich, dass es euch bald wieder besser geht und ich euch vielleicht mit diesem Video ein bisschen dabei helfen kann, zu entspannen. Im Video habe ich ein paar neue Trigger, die ich teilweise in Spanien gekauft habe, die ich hier noch nicht auf dem Kanal ausprobiert habe. Ja, und ich würde sagen, ich lege einfach direkt los mit diesem kleinen Mann hier, dieses Krokodil. Ich liebe die Sounds, die dieses kleine Krokodil macht. Es ist nämlich so richtig sticky, 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 sticky. Und vor allem, wenn man das übers Mikrofon macht, das ist mein absoluter Favorit. Ich liebe die Sachen, die ich hier noch nicht auf dem Kanal ausprobieren kann. Okay. Ich habe hier eine Motte, super. Okay, machen wir mal weiter mit dem Nassauern. Oh, das ist hinter der. So, ich habe hier eine Masse. Vielen Dank. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht, wofür man das eigentlich benutzt. Okay. Okay. Jetzt habe ich hier noch so zwei Bälle. Die können übrigens weit leuchten. Allerdings habe ich noch nicht so ganz rausgefunden wie hier. Weil, also, die kann man so drücken und dann leuchten die. Aber manchmal, wenn man die drückt, dann leuchten die auch nicht. Und manchmal leuchten die und dann drücke ich sie nicht. Ich muss das mal kanzeln irgendwie. By the way, ich habe einen TikTok-Account. Ich blende ihn euch mal hier ein. Es würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Und, ähm, ja. Noch den hier. Aber ich glaube, der hier klingt viel besser wie der da. Weil der da ist so. Der hat so mehr diesen, diese Starrens nie mehr da. Sollte die von Gott nicht so sein. Sollte das denn da rauchen die. Und ich zeige, ich zeige, ich frage das Ganze. Sollte das. Sollte das noch läuchten. Dannaki der Mhhh. Bei da Bye. Tschüss. Something anderes ist hier. Dann kann ich nur ä partnern. Ich hoffe, ich habe noch diese Dinger hier. Ich hoffe, ich habe noch diese Dinger hier. Ich leere mich irgendwie vom Sound her so ein bisschen an die selbe Jungfrauenpinsel, die so extrem immer überlegen. Ich hoffe, ich habe noch diese Dinger hier. Und ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch entspannen.